Ich stehe um 8 Uhr auf. Frühstücken. Ich putze mir die Zähne. Ich dusche täglich. Ich wasche mir die Haare. Ich zie mich an. Um 9 Uhr fahre ich zur Arbeit. Mittags. Die Mittagspause. Um 1 Uhr fahre ich zum Mittag. Ich mache um 18 Uhr dreißig Feierabend. Ich gehe nach Hause. Ich gehe um 22 Uhr ins Bett. DW Deutsch lernen. Deutschtrainer. Mehr auf dw.com slash deutschtrainer. Deutschtrainer. . . . . . . . .